Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian auf dem Kanal von Steve und Julian. Es ist wieder Zeit für das Wort zum Freitag, beziehungsweise die Worte zum Freitag. Und ganz ehrlich, vorneweg gebe ich eine Warnung aus. Es muss sein, denn guckt euch dieses Video nur an, wenn ihr sitzt oder wenn ihr euch irgendwo festhalten könnt. Denn dieses Video kann explizit elektromobilitätsgefährdenden Inhalt enthalten und gefährdet eventuell euer Weltbild und unser Weltbild von einer Welt mit erneuerbaren Energien und in der wir uns klimaneutral und umweltfreundlich bewegen können. Ich habe langsam echt die Nase voll. Ich habe echt die Nase voll. Also wirklich, ich habe gar keine Lust. Ich möchte nicht solche Videos machen und ich habe das Gefühl, irgendwie jeden Freitag, wenn ich für euch ein Video mache, zu diesen Worten zum Freitag, euch irgendwie meinen Ärger und meinen Frust weitergeben zu müssen. Aber das soll ja hier keine Ahnung. Wir sind ja hier nicht in der Kirche, wo man irgendwie zum Pfarrer geht und sich den Frust von der Seele redet. Wir wollen ja irgendwie auch mal weiterkommen bei diesem ganzen Thema. Und ich mache mir wirklich immer Gedanken, euch irgendwie ein nettes Thema zu geben, über das ich mit euch reden kann. Aber irgendwie, es gelingt mir irgendwie nicht. Und in den letzten zwei Tagen ist es leider wieder mal passiert, dass ich über zwei Dinge gestolpert bin. Die eine Sache war, ja, sagen wir mal, erwartet. Und die andere Sache, die hat mich jetzt echt heute aus den Schuhen gehauen. Also, ihr habt es alle, ich versuche mal den Bogen zu spannen, ihr habt es alle mitbekommen und ihr habt sicherlich auch schon entsprechende Informationen bei euch per Post bekommen oder per E-Mail bekommen. Nicht nur die Öl- und Gaspreise sind extrem angestiegen, sondern auch die Strompreise. Die gehen im Moment richtig krass durch die Decke. Ich habe gestern von meinem ersten, ich habe ja zwei Stromversorger, der eine für den Haushalt, der andere Versorger für die Wärmepumpe und fürs Auto, die Preisanpassung, ja, da nennt sich dann Preisanpassung 2022 bekommen mit einer Steigerung von über 25 Prozent. Also in Worten von knapp 21 Cent für die Kilowattstunde beim Wärmepumpen und Autostrompreis auf knapp 28 Cent. Also es sind 7 Cent. Das ist, das ist ein Hammer. Das ist, ich dachte wirklich, ich lese nicht richtig. Ich meine, haben wir nicht neulich irgendwie die frohe Botschaft gehört, dass die EEG-Umlage sinkt um knapp 3 Cent und dann knallt der Strompreis nach oben ohne Ende? Also das ist so schlimm. Und ich habe dann natürlich mal geguckt, was wird mich denn, uns denn, euch denn möglicherweise beim Haushaltsstrom erwarten? Und auch da geht der Strompreis um wahrscheinlich 4 bis 5 Cent nach oben. Und das ist alles Ökostrom, wo es dann immer heißt, ja, die erneuerbaren Energien, die stabilisieren den Strompreis und die sorgen dafür, dass das eben nicht passiert. Aber klar, man muss natürlich dann genau hingucken und schauen, was den Strompreis treibt. Ich kann euch ja hier mal einblenden, die Kalkulationen von dem einen Versorger. Da sieht man sehr schön rote und grüne Balken. Die roten Balken sind die Erhöhungen. Die grünen Balken sind die, wo es wenigstens gleich geblieben ist oder vielleicht ein bisschen günstiger geworden ist. Und da könnt ihr sehen, dass zum Beispiel tatsächlich die EEG-Umlage gesunken ist. Aber dafür ist der Beschaffungspreis für den Strom um einen noch höheren Wert angestiegen. Und andere Bestandteile sind auch angestiegen. Also eine ganz, ganz schlimme Entwicklung. Und beim Haushaltsstrom wird wahrscheinlich genau das Gleiche passieren. Von daher meine dringende Aufforderung an euch. Leute, ihr müsst wirklich vergleichen. Mir ist es dann noch gelungen, einen Versorger zu finden. Bei dem habe ich jetzt beide Tarife gewechselt. und hoffe, dass ich die Preise dort bekomme, die dort angezeigt wurden, die sich beim Haushaltspreis auf dem gleichen Niveau bewegen und beim Autostrom vielleicht sogar noch einen Ticken sogar niedriger sein werden. Allerdings mit einer leicht höheren Grundgebühr. So, und dann, passt auf, und jetzt kommt es. Und dann lese ich heute früh in der Zeitung, Brandenburg beschließt die 1000 Meter Abstandsregel für neue Windkraftanlagen. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Wir haben solche massiven Aufgaben vor uns im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Und dann beschließt dieses Land Brandenburg, das in den letzten 10 Jahren ja mehrfach ausgezeichnet wurde, mit dem Leitstern erneuerbarer Energien ausgezeichnet wurde für einen wirklich guten Ausbau der erneuerbaren Energien, der Erzeugungskapazitäten, hauptsächlich Windenergie. Jetzt beschließt diese Regierung, an der auch die Grünen beteiligt sind, die beschließen jetzt diese 1000-Meter-Regel. Man kommt sich ja schon fast vor wie in Bayern. Okay, das ist noch schlimmer. Da gilt ja diese 10-H-Regel. Da sind es ja dann so im Durchschnitt etwa zwei Kilometer letztlich. Aber jetzt beschließt Brandenburg, ein Land, das sich immer als Energieland rühmt und ja immer von sich sagt, wir sind das Land, das auch hier Berlin mit versorgen will, beschließt diese 1000-Meter-Regel. Warum? Ja, man möchte die Akzeptanz der Windenergie gegenüber der Bevölkerung steigern. Ja, toll, die Bevölkerung wird über die Windkraftanlagen nicht begeistert sein. Vielleicht, aber die Leute werden auch über explodierende Strompreise nicht begeistert sein. Wahrscheinlich darüber sogar noch viel weniger. Vielleicht sind sogar angesichts dieser steigenden Preise viele Leute sogar eher bereit, Windkraftanlagen zu ertragen. Ich meine, es gibt ja nun weiß Gott Schlimmeres. Möchte man neben einem Atomkraftwerk wohnen oder was auch immer, anstatt hohe Strompreise. Und wenn man sich dann noch anguckt, was ist eigentlich so an Abstandsregeln in Deutschland so erlaubt? Ich weiß, da gibt es unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern. Wir blenden euch auch dazu mal so eine kleine Grafik ein. Dann sieht man da, dass zum Beispiel ein Kohlekraftwerk viel näher an einer Wohnbebauung sein darf. als eine Windkraftanlage. Klar, ich finde es natürlich auch total super, neben so einem Kohlekraftwerk zu wohnen. Super, finde ich ganz hervorragend. Da ist Windkraftanlage, ist bestimmt viel, viel schlimmer. Also Leute, es ist wirklich echt zum Davonlaufen. Es ist wirklich echt zum Davonlaufen. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Brandenburg, bravo, herzlichen Glückwunsch. Braunkohleland lässt grüßen, ist ja auch bei den Koalitionsverhandlungen dabei. Gerade im Bereich Klimaschutz sitzt Brandenburg dabei. Herr Woidke ist ja immer noch, ich meine, ich lebe gerne in diesem Land. Ich arbeite auch gerne. Ich bin auch Beamter dieses Landes Brandenburg. Ist alles richtig. Aber hier merkt man wirklich, wo der Hase läuft. Also die Brandenburg, der Braunkohle soll irgendwie protektioniert werden bis zum Gehtnichtmehr. Vielleicht ist es jetzt ein Stück weit Verschwörungstheorie. Aber irgendwann muss man ja mal langsam anfangen. Oder irgendwann beschleicht einen ja mal das Gefühl, ja stimmt doch irgendwas nicht. Ich meine, ja, Brandenburg hat mega viel Windkraft ausgebaut. Brandenburg, da gibt es auch viele Solarparks. Auch die ersten Ungeförderten. Und das finde ich alles prima. Aber irgendwo weiß ich nicht. Gut, also ich will euch mit meinem Frust nicht länger nerven. Ich gebe euch wie gesagt den guten Tipp. Bitte, wenn ihr auch Preiserhöhungen bekommt, dann vergleicht bitte. Guckt vor allem bei Stadtwerken nach. Die können zum Teil noch wirklich halbwegs vernünftige Preise geben. Aber ansonsten müssen wir uns wohl leider darauf einstellen, dass Kilowattstundenpreise jenseits der 40 Cent bald vielleicht zu unserem Alltag gehören. Und was das dann bedeutet für den gesellschaftlichen Frieden. Es macht mir ein bisschen Sorgen. Ich bin gespannt, wie ihr darüber denkt. Schreibt es wie immer in die Kommentare. Lasst uns darüber diskutieren. Schreibt mal rein, was euch für Preiserhöhungen in den Briefkasten oder ins E-Mail-Postfach geflattert sind. Und was ihr vielleicht macht. Und was ihr dagegen macht. Oder was ihr für Alternativen gefunden habt. Vielen Dank fürs Zugucken bei diesem Wort zum Freitag. Sorry, dass es wieder irgendwie so ein bisschen so passend zum Wetter grau und negativ ist. Aber ich hätte wirklich lieber was Positives berichtet. In dem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Und macht das Beste draus. Bis zur nächsten Live-Sendung. Bis zum nächsten Video. Oder bis zum nächsten Wort zum Freitag. Ich bin raus. Ciao.